So, Erklärung-Video, so ein Blues, das da. Ich spiele die E-Seite an am Anfang. Das ist hier ganz unten. Könnt ihr auch mit Daumen machen. Dann spiele ich eine kleine Melodie, das ist die E-Seite, zweimal angespielt. Hier oben und dann nachher am dritten Punkt einmal greifen. Und dann wieder loslassen. So, vier Noten. E, E, G, E. Dann mache ich dasselbe noch einmal, aber davor spiele ich die A-Seite an. Und dann spiele ich die kleine Melodie nochmal und dann E nochmal. Und dann noch ein Ablauf dazu, eine kleine Melodie. Ja, auf der A-Seite hier ganz unten. A-A. Dreimal A. Einmal ein B. Und jetzt A-Seite leer. Wie gesagt, immer auf Pause drücken, langsam abspielen oder nochmal zurückspielen. Und dann noch einmal E. Ja, das kann man auch ganz alleine spielen. Bitte, in dem Fall, Teil 2 nochmal anschauen. und family apply.